Taktik im Football Manager erstellen. Ein Guide für Anfänger. Hi Servus, ich will mal zeigen, wie ich eine Taktik erstelle. Fangen wir von vorne an. Wir haben beim Football Manager uns ein Team ausgewählt. Hier als Beispiel der 1. FC Köln. Bereits am Anfang bekommt ihr die sogenannte beste Elf angezeigt. Das kann man sich schon mal notieren. Jetzt gehen wir auf Taktik. Euer Co. schlägt drei taktische Stile und Formationen vor. Nutzt diese Vorschläge. Ich wähle Ballbesitz und dazu ein 4-2-3-1. In der Regel kennt ihr die Spieler nicht. Dazu nehmen wir den FM Kaderplaner von Micha. Den Link zum Discord Server findet ihr unten. Dort bekommt ihr auch die Ansicht Squad Daten, die ihr unter Mannschaft importiert. Dann alle Spieler markieren und als Webseite exportieren. Dann zieht ihr die Daten in den externen Kaderplaner. Keine Angst, im Leitfaden wird das dort nochmal genauer erklärt. Im Kaderplaner geht ihr unten auf Positionsdaten. Jetzt sind zwei Dinge besonders wichtig. Hier habt ihr also einen Überblick, was wären die besten Rollen für Ordos Spieler und was sind die Schlüsselspieler deines Teams. Bitte macht bloß nicht den Fehler, alle Spieler so aufzustellen, dass sie in ihrer besten Rolle spielen. Dann hast du zwei Elfspieler auf dem Platz, aber kein Team. Die Auswahl der Rollen muss zueinander passen. Deshalb nutze die vorgebenden Taktik-Formationen des FM. Da macht man nichts verkehrt. Wichtig ist auch die Rollen zu kennen. Diese sind ein ganz wichtiger Bestandteil jedes Spielsystems. Zu den Rollen habe ich einige Guides gemacht. Unten in der Beschreibung findet ihr die Links dazu. Zurück zur Aufstellung. Schaut euch eure Schlüsselspieler an. Welche Spieler haben die höchste Wertung? Die besten 3, 4, 5 werden nun zuerst im FM-Taktik-Board aufgestellt. Klar ist, das wird niemals hundertprozentig passen, wie im echten Leben. Gilt es Kompromisse zu machen und einen Flügelverteidiger auch mal ins Mittelfeld zu schieben. Oder nur als Außenverteidiger auflaufen zu lassen. Auch wichtig, was ist sein starker Fuß? Wir haben einige Spieler mit einem Wert über 80. Um diese herum würde ich das Team bauen. Kilian und Schabot in Verteidigung. Hector mit Skiri ins Mittelfeld. Klar, bei Hector machen wir auch nichts verkehrt, wenn er als linker Flügelverteidiger aufläuft. Andersen im Angriff. Okay, Stopp. Als kompletter Stürmer. Das wird nichts. Er ist zu limitiert. Unter Auswahl finden wir Marc Uth. Der auch bei näherem Hinsehen einiges mitbringt. Jetzt besitzen wir noch die restlichen Positionen. Also erstmal die Achse des Teams erstellen. Das war hier das defensive Zentrum. Da wir an den Rollen erstmal nichts ändern, muss man immer wieder sehen, wer ist am besten dafür geeignet. Und wer bringt die meisten Punkte mit. Die erste Aufstellung kann auch nur ein erster Entwurf sein. Es ist auch keine Schande, ein paar Schritte zurückzugehen zu Stil und Formation zum Beispiel. In der Taktik habt ihr noch zusätzlich die Möglichkeiten einer Aufstellungsempfehlung. Und rechts davon die Autorauswahl. Eine sogenannte beste Elf wird auch im Kaderplaner unter Bericht angezeigt. Ich denke aber, als Anfänger sollte man bewusst selbst die Entscheidung treffen und dann aus Erfolgen und Tiefschlägen selbst die Lehren ziehen. Okay, eure Taktik mit der besten Elf steht. Nun gilt es in den Vorbereitungsspielen zu schauen, ob das so funktioniert. Zur besseren Übersicht immer die 2D-Ansicht nutzen. Egal welche Veränderungen ihr vornehmt, ändert nicht zu viel. Am Ende ist es sonst nicht mehr nachvollziehbar, warum etwas auf dem Feld passiert. Also kleine Schritte. Das war nun der Guide zur Taktikerstellung. Grundlage dazu waren A Einschätzung des Co-Trainer, was am besten passen könnte und B eine Bewertung eurer Spieler mit einer Gesamtpunktzahl, die aus dem Kaderplaner des Scouting-Leitfaden kommt. So gelingt es euch dann, eine Achse zu erstellen und um diese herum das Team zu bauen. Gut, bis bald wieder. Ciao, ciao.